Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Auch heute wieder eine kurze Folge. Ja, wir wollen Tonbewurf herstellen oder ich möchte gerne Tonbewurf herstellen, dass wir das Haus von unserem Neuzugang verputzen können. 40 können wir machen, mangelst am Ton oder mangelst am Stroh. Ton wahrscheinlich. Müssen wir nochmal wieder welchen holen wahrscheinlich. Ja, Ton ist das Problem. Ich weiß aber auch gar nicht, wie viel wir genau brauchen für das kleine Haus. Fangen wir mal mit den 40 an. Nachmachen können wir immer noch. Wir müssen uns bald wieder waschen. Ja, machen wir gleich erstmal verputzen und dann können wir uns nochmal waschen und noch gleich was trinken. Hi, fühl dich wohl hier, Minogniv. Er ist unser neuer Landwirt. Und, äh, guten Morgen, zick munter. Ich kümmere mich dabei mal um das Haus unseres Neuzuganges. So. Machen wir das Ganze mal was winterfest oder temperaturfest. Hausholzhütte möchte ich schon gerne lassen. Und, gesagt, dadurch, dass er Landwirt ist, ist mir das eigentlich ganz recht, dass der hier wohnt. Weil, ähm, dann hat er keinen so weiten Weg. Macht nicht so eine riesen Wanderung, wie wenn er hinten wohnen würde. Was gab, weil Landwirten halt ein großer Vorteil ist, weil die arbeiten halt wirklich erst, wenn sie am Platz sind. So, und wie ich sehe, brauchen wir noch welchen? Das hier brauchen wir vier. Acht. Also, zwölf, achtzehn, zweieundzwanzig. Zweieundzwanzig brauchen wir noch. Küche könnten wir auch machen, ne? Zweieundzwanzig Tonbewurf. Das heißt, wir brauchen noch sechzehn Ton. Oh, ist nun die Anzahl an Stücken zu. Ton haben wir auch ganz eine Menge, ne? Könnten wir vielleicht doch mal gleich. Zehn Stück machen, da brauchen wir auch noch ein bisschen Stroh. Den Stock brauche ich bei sowohl nicht mehr. So, Stroh. Haben wir definitiv auch genug. So. Oh, wir sind leicht überladen. Ups. Kein Drama. Wir haben die Zeit. Gar nicht, wie weit unsere Landwirte mit den Feldern sind. Das müsste ich nachher mal gucken. Sollten es jetzt aber, die sind jetzt zu fünft, glaube ich, ne? Also, das sollten sie dann eigentlich gut schaffen. Das sollten sie dann locker schaffen. Hoffe ich doch. Also, wir müssen gerade mal ein bisschen Tonbewurf machen. Ja, heute die letzte kurze Folge, denke ich. Danach, ab morgen ist dann wieder in der gewohnten Länge. Die kurzen Folgen waren ja nur das Resultat daraus, dass ich vor dem letzten Wochenende krank war und deswegen nicht aufnehmen konnte. Hatte nur den Sonntagmorgen statt. Das ganze Wochenende inklusive Freitagnachmittag. Da fehlt es einem dann schon ein bisschen an Zeit. Und, ähm, ja, müssen alle, alle Folgen halt ein bisschen. Medieval Dinos, die kommt zwar auch weiterhin täglich jetzt, aber halt eben nur, wie gesagt, in ein paar Folgen, jetzt halt in gekürzter Form. 20 statt 40 bis 50 Minuten. Und bei den anderen Folgen muss ich gucken, inwiefern ich Zeit habe, für die ganze Woche aufzunehmen, beziehungsweise unter der Woche noch aufzunehmen. Das weiß ich noch nicht. Müssen wir alles gucken. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, auch auf nächste Woche. Da geht es dann ja los mit My Time at Sandrock. Auch ein bestimmt sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe, äh, schon My Time at Paustia gespielt. Das hat schon mega Spaß gemacht. Und, äh, My Time at Sandrock ist quasi. Der Nachfolger davon. Und, äh, startet in der Early Access am 26. Mai. Ja, und ich darf es schon ab dem, da wollte ich runter. Ich darf es, da ich, äh, bei den Kickstartern dabei war, darf ich das schon ab, äh, dem 11. Mai dann zeigen. Freue ich mich sehr drauf. So, Hammer. Verputzen. Dann haben wir dann nämlich auch gleich fertig. Dann hat er nämlich auch einigermaßen winterfestes Haus. Ach, das ist die Kräuterhütte. Ich habe gerade überlegt, warum ist das noch nicht verputzt, aber das ist okay. So, die könnten wir eigentlich auch gleich mal verputzen, ne? Fangen wir mal mit der Kräuterhütte an. Da sollte ich noch genug Material für dabei haben. Dass der auch im Winter einen schönen Arbeitsplatz hat, weil gerade im Winter ist der ja drinnen am Arbeiten. Oder die. Zwei Herren da. Nicht wundern, wenn es dir klopft, das bin ich. Also, falls die Kräuter von den Wänden fallen, ich bin schuld. Gar kein, gar kein Loch im Zaun oder Tor. So. Hallo, Emilia. Hallo, Mederica. Schön. Doch, gefällt mir. Gar nicht mal so verkehrt. Können wir den auch gleich noch mitmachen? Können wir die direkt mitmachen? So, wie viel haben wir da? Da brauchen wir acht, okay. Oh, da oben auch nochmal. Ja, danach ist dann Ende erstmal. Könnten wir maximal noch was anfangen, aber das will ich nicht. Oh, da fehlt auch noch. Oh, da fehlt auch noch. Weiche. Manche sagen, geht gar nicht. Ich finde es okay. Und ja, die Kalksteinhäuser, die sehen unbestritten gut aus. Aber ja, so viel haben wir. Da können wir noch ein paar verkalken, bis wir das alles fertig haben. So, Stroh, Ton haben wir. Wie viel Kalkstein haben wir? 68. Hm. Jetzt gucke ich gerade mal, wie weit meine Landwirte hier eigentlich sind. Hier ist eingesät. Das ist gut. Auch eingesät. Auch eingesät. Das ist auch schon eingesät. Da sind sie noch am säen. Wo geht sie hin? Am S12. Hier sind sie gerade am hacken. Ach, ob... Nee. Gedüngt ist. Gedüngt ist, ja. Holt sie eine neue Hacke, oder was? Kann natürlich auch sein. Hier muss noch gedüngt werden. Hier muss auch noch gedüngt werden. Hier muss auch noch gedüngt werden. Und hier ebenfalls. Aber die sind zu fünft. Das sollten sie schaffen. Das sollte das schaffen, oder Edgar? Was meinst du? Du gehst. Okay. Oh, ich muss was trinken. Oder ich könnte Suppe essen. Das geht jetzt auch auf die Schnelle. So, und dann gehen wir was trinken. Das war knapp. So. Auch erledigt. Ja, der sät ein. Möhren oder Karotten halt. Unser neuer Mirogniv. Minogniv. Nicht Miro. Mino. Ja, ich hoffe, er fühlt sich hier wohl. Er ist ziemlich begabt. Er kann fast alles. Also, er hat vier Dreier oder sowas war das, glaube ich, ne? Das haut er ab. So, drei, vier Dreier und zwei Zweier. Also, das ist schon ziemlich gut. Gut. Das ist richtig gut. Kümmerst dich um die Bienen. Ah, da sieht man sie auch. Sum, sum, sum. Ach, schön animiert. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. So muss das. Ja, Medieval Dynasty war nicht umsonst so ein Überraschungshit im letzten Jahr. Und ja, es kommt ja immer noch viel Neues hinzu. Wird ja immer noch viel Arbeit reingesteckt. Also, macht ihr zwei da? So, wo ist denn eigentlich mein Sohnemann? Der ist da hinten irgendwo unterwegs. Dem können wir auch mal wieder Hallo sagen, ne? Mildreda. Wo ist der Sohnemann denn ganz? Da? Ne, das ist Ziprav. Das macht er da. Wo ist Xabor denn? Das muss da irgendwo sein. Hm. Da irgendwo? Da ist er. Hi Kleiner. Hallo Papa. Auf Wiedersehen. Goodbye. Die sind so süß. Ja, da wird auch bald schon älter. Der ist jetzt... Ähm... Fünf. Also größer wird er bald, meine ich. Ich glaube mit sieben oder so wachsen die wieder, ne? Wird er der erste sein, der die Größe hat. Aber die anderen kommen dann bald nach. Wir haben insgesamt eine ganze Menge Kinder. Inzwischen... Überall wuselt es. Hi Ludgala. Ja, bin ich mal gespannt, wen mein Sohnemann dann irgendwann mal ehelichen wird. Der wird ja definitiv der Nachfolger hier im Dorf. Oder der nachfolgende Herrscher. Ja. Sozusagen der Dorfchef. Mildreda, Milderica. Amelia. Oh, warum habt ihr das Fenster zu? Das ist Frühling. Mach die Fenster auf. So. Besser. Eindeutig besser. Und wir müssen jetzt mal... Ich glaube, ich muss baden, ne? Oder waschen halt mal. Kra, kra. Ja, ich bin nochmal gespannt, was noch zu dem Thema Erben im nächsten Step kommt. Das ist ja der nächste Punkt auf der Roadmap. Da bin ich mal sehr gespannt, was sie sich da noch einfallen lassen. Und bis unser Erbe groß genug ist, dauert noch ein bisschen. Aber, ähm... Da ist er schon wieder auf dem Rückweg. Äh, ja, dauert noch ein bisschen, aber... Irgendwann wird natürlich auch das der Fall sein, ne? 18 müssen sie glaube ich sein. Kannst du einen Schritt zur Seite gehen? Heil, Freund! Jawohl, jetzt hat er seinen Weg. Sehr gut. Nicht hier noch irgendwie zumachen, dass der da nicht durchläuft. Möchte ich eigentlich ungerne... Oder wo kam der überhaupt her? Von dort? Müssen wir hier den Zaun noch weiterziehen? Wird ich aber eigentlich auch eher ungerne? Hm. Hm. Müssen wir mal gucken. Ja, unsere Wirtschaft finde ich immer noch wieder wunderschön. Also die Blumen gefallen mir richtig gut. Auch wenn die jetzt noch nicht am Blühen sind, die Disteln. Die kommen dann erst im Sommer mit dazu. Aber auch so gefällt mir das schon richtig, richtig gut. Oh, der Händler ist hier. Zeig mir mal deine Wahl. Goldener Ring. Kaufen wir. Fingerhut. Kaufen wir. Weihrauch nehmen wir auch mal mit. Aber weißt du was? Wir kaufen alles. Wir nehmen einfach mal alles mit. So, lewoll. Doch, gefällt mir richtig gut unsere Taverne. Oder Schenke ist es ja inzwischen. Nicht wahr, Edburger? So, dann könnte ich gerade mal die Birne noch wegbringen. Hier überlege ich auch noch, ob ich da noch irgendwie da eine Abgrenzung hinmachen sollte. Dass man hier das besser erkennt, dass hier... So, Birne. Speisemeucheln können wir mal da rein. Die unreifen Bären. Versehentlich gepflückt. Ah, ich weiß, was ich da oben hin machen könnte. Ich habe eine Idee. Stöcke, Holzschalen können wir wieder zurück. Wir könnten eine Bank da hinsetzen. Das könnte ganz nett aussehen. Oh, du bist barfuß unterwegs, Huberto. Ob das so das Beste... Die Beste aller Ideen ist? Zack. So, genau. Dann haben wir hier nämlich eine optische Abgrenzung. Das passt. Ja, und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der... Hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.